Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Untertitelung. BR 2018 Hier sind wir beim Seelöwenfelsen, auch historisch, Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden, was viele gar nicht so denken. Also ein originales, altes Stück Köln und Stück Kölner Zoo. Hier haben wir gerade sieben kalifornische Seelöwen, die wir hier halten und freuen uns sehr, dass vor zwei Wochen ein Jungtier, ein Weibchen, angeboren ist, eine kleine, sehr aktive Dame, die sehr früh schwimmt. Es gibt hier Tierpfleger, die seit knapp 50 Jahren hier sind, die sagen, so ein aktives Tier wie die Kleine hier im Wasser auch schon nach zwei Wochen, das hätten sie noch nicht gesehen. Das freut uns natürlich sehr und viele Besucher auch, die Seelöwen schauen. 11.30 Uhr und 16 Uhr sind auch eine der Highlights hier, wo viele Leute dann hier stehen und da wird die Kleine bald dann auch schon mitmachen. Also Zoos machen Seelöwenshows oder Flugshows aus mehreren Gründen. Das ist einmal für die Besucher sehr schön anzusehen, ist aber gleichzeitig für Tiere auch eine Art der Beschäftigung. Gerade Seelöwen sind sehr neugierig, sehr fordernd, die genießen das, dass wirklich mit ihnen gearbeitet wird, dass sie Tricks einüben, dass mit Bällen gespielt wird. Also das hat auch eben diesen Mehrwert und gleichzeitig können die Tierpfleger immer auch mal in den Mund schauen, sich die Flossen angucken bei verschiedenen Übungen, sodass man die Tiere eben auch medizinisch immer wieder im Blick hat. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.